Kostmuk, Amca und Tante Vera, ich brauch so gottlos Hilfe in der Schule. Aber ob du bist in der 4. Klasse, schwöre das, packst du easy, Mathe dies, das. Kostmuk, Amca, meine nicht so Mathe. Max in der Schule ist gottlos auf Mutter gegangen und Kevin hat so Bausparvertrag für mich gemacht, ohne zu fragen. Nein, unser Tunja ist Investor, Mestor, oder? Moment, Moment, hast du denn die Unterlagen zu persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse eingereicht, zusätzlich deines Finanzierungsplans? Äh, Kostmuk, Amca und Vera, ich wünsch mir die Unterlagen. Moment, hast du denn schon einen Termin beim Finanzamt, Beantragt, eine Doktorarbeit geschrieben, ein Musical komponiert, mindestens drei neue Weltwunder entdeckt und fünf Jahre auf einen Beratungstermin gewartet? Vera, Herr Bob, warum machst du so Auge? Alles hat seine Ordnung, ich mache nicht die Regeln. Oh, schwöre, dann wünsch ich mir einfach das neue U-Phone 23 GT Super Maxx. Hier spricht die Polizei, wir wissen, dass sie da drin sind, Tunjai. Kommen sie mit erhobenen Händen raus, sie sind aufgrund Steuerbetrugs festgenommen. Das Handy wurde nicht als gewerbliche Ausgaben in ihrer Steuererklärung angegeben. Ja, Bruder, uff.